Moin moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Mad Paddle hier auf diesem wunderschönen Kanal. Was soll das? Mit dem Namen, den ich vergessen habe. Wir machen Nachtara gegen Psyana. Ja und du nimmst Nachtara oder was? Das dicke Megafiech Unlicht gegen Psycho, was 300 Basiswerte mehr in jedem Dreckswert hat? Das ist gelogen, glaube ich. Ja, ich glaube auch, aber es fühlt sich auf jeden Fall danach an. Es fühlt sich danach an. Es ist kein sonderlich faires Battle hier. Na, warte mal, ich mach's fair. Okay. Spielst du Toxic Orb überall? Ja. Und Anti-Evolid? Psya? Psya? Nee, das ist... Psst, Anna. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Und? Psya! Psya! Das ist Äquivalent zu einem Esel. Okay. Mann, ich war unter Zeitdruck, als ich mir die Narbe ausgedacht habe, okay? Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Alles gut. Keiner macht Auge. Aber guck mal, ich wechsle meinen Typ für dich. So? Psycho. Psycho. Ich will auch so cool wie Psyana sein. Aber dann nimm doch wenigstens Gift oder Kamp. Aber ich will auch so cool wie Psyana sein. Bitte. Niemand ist so cool wie Psyana. Guck dir an, wie grün der ist hinter den Ohren. Küsschen für dich. Direkt verliebt. Dankeschön. Oh mein Gott. Der ist angezogen jetzt von mir. Vernarrt. Vernarrt? Vernarrt. Nee, ich glaube nicht. Okay, schade. Oh! Junge, dieser Damage. Alter! Ja. Warum denn auf den ausgerechnet? Halt, hör doch, also, halt aufs Maul. Hast du gesehen, wie der sehr effektive Next Strike 20% gemacht hat? Oh ja. Hast du gesehen, wie der sehr effektive Kehrfände knapp 50% gemacht hat? Ja, und genau das meinte ich mit, er hat 300 Base-Punkte in jedem Wert mehr. Ich verstehe nichts. Das war keine Dämmerauge. Dämmerauge. Und Nachtstrahl. Nachtstrahl. Das sieht mir doch aber sehr nach JetGPT aus. Das sieht schon sehr nach. Ja. Ja. Ich habe mir wenigstens Mühe gegeben und sie mir selbst ausgedacht. Ich habe mir auch Mühe gegeben oder habe mehrfach nachgefragt, ob er nicht bessere Namen hatte. Aber hat er nicht gehabt. Ja, das verstehe ich. Oh, danke. Das, ja natürlich, jetzt nehmen wir auch noch den einzig guten Wert, den ich habe, meine Initiative, und schenken dir den auch noch. Danke. Perfekt. Den einzigen Vorteil, den du hattest, einfach gegeben. Ciao. Zieh. Oh, zieh. Ja, ist schon gut, der Name, oder? Ja, stark, stark. Ja, aber das war's dann auch, ne? Oha, ich bin nochmal Psycho. Let's go. Das Traurige ist, das bringt trotzdem noch nichts. Weil's nicht nur das Typing ist. Tja. Was gut ist. Naja. Tja. Ja, Psyanal muss da natürlich mitkommen, ne? Ja. Der Klassiker, der Klassiker. Ich habe mir so gedacht, bei den ersten zwei Namen, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja. Und beim dritten Namen fiel mir nichts anderes mehr ein und ich habe es trotzdem mit reingenommen. Oh, Strauchler wird da Marsch machen. Oha. 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 Ich bin Tank. Ja, aber wirklich. Also speziell, glaube ich, echt schon. Naja. Krafttausch. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ach, das wäre nur fällig. Das ist so richtig starr in seiner Animation. Ja. Warum? Wie so eine Statue. Ja. Das ist komisch. Hast recht. Dafür, dass es so ein schnelles Pokémon ist. Ha. Das ist ja merkwürdig. Das verstehe ich ja jetzt nicht, warum du das machst. Äh, es hat alles Hand und Fuß. Okay. Ich habe, äh, mache gleich noch Seitentausch und links ist ja Bauchtrommelmon. Ja. Das wäre echt eine gute Strat, to be honest. Ja, das war mein Plan. Ja, okay, okay, okay. Dann? Ja. Dann hast du mir einen Mon geschenkt für einen sehr guten Plan. Danke. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, wir gucken mal, ob wir das, äh, guck mal. Möchtest du auch sein wie ich? Ach, langweilig. Nö, ich will eigentlich schon einen Typenvorteil haben. Okay. So wie die anderen drei deiner Pokémon. Ja, okay, beruhig dich. Es sind nur zwei. Ich habe ja Typenspiegelintrus, ja. Beruhig dich. Ja, ja, aber sobald du raus... Seig es denn. Sobald du rausgehen... Ich denke mal, das macht Schaden, aber das macht ja keinen Schaden. Nee. Das ist einfach nur Boost. Ja. Was schlimm genug ist, um ehrlich zu sein, aber... Naja. All die Boosts, die ich brauche. Nice one. Du brauchst nicht einen Boost. Doch, doch. Meteorologe. Meteorologe. Mhm. Piu. Hm. Dicker Damage. Ich sage, von speziellen Angriffen können wir gerne noch ein paar mehr haben. Ah ja. Na klar. Ja. Von physischen Angriffen können wir gerne noch ein paar mehr. Nicht von dem. Nicht von dem. Nicht von dem. Stopp. Oh, doch von dem wäre schon... Oh. Okay. Das ist spannend jetzt. Also, ich würde sagen, ich habe einen Attacker jetzt so. Ja. Der könnte schon gut Schaden machen. Ist ein sogenannter Wallbreaker. Ich habe mich gerade gewundert, warum bist du denn immer noch schneller, aber... Ich weiß, warum. Ja, ich weiß auch, warum. Oh. Jetzt geht's ab. Oha. Oha, jetzt bin ich echt schneller. Oh, ja, mein Siegestanz, ne? Scheiße. Hat dich schon wieder eine Verwirrung? Ja, bitte. Woher denn? Fünfmal. Nee, Dämmer Auge. Mach nicht. Dämmer Auge. Ey, fünfmal selbst angreifen, wäre schon Trace. Da mache ich dickes Dämmer Auge drauf. Ich komme durch. Easy. Entschuldigung. Nebelexplosion. Delegator. Oh, ja. Ist okay, glaube ich. Also, ist nicht gut? Ist, glaube ich, auf Natara echt richtig scheiße? Alter, er ist aber auch am Setupen. Was ist denn? Ja, das Problem ist, ein physischer Angriff reicht aber trotzdem von dir. Der bräuchte die Boosts gerade auf der physisch defensiven Seite. Dann würde ich sagen, ja, strong, geil. Nehme ich. Das kann ich respektieren. Psycho-Schock einfach. Na gut. Ja. Gut. Chip ist Chubb. Ja, Chip ist Chubb. Richtig. So, jetzt bitte mal Zauberschein. Tempo-Heap. Boah. Ah, sehr gut. Ich bin ja noch Psycho. Nice. Ja, selbst wenn, dann hätte ich, glaube ich, auch drei. Oder so davon gebraucht, um nicht zu breaken. Ja, beruhig dich doch. Ne, ich bin nicht traurig. Ich bin nicht. Ich bin gar nicht traurig. Ich wollte gerade fragen, was du mir machst. Oha. 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 Stark aber. Du hast die viel bessere Fähigkeit. Das. Ja, ich habe deine nämlich auch noch. Nein, du kannst sogar einen Griff sinken. Oh doch, das war so wichtig gerade. Holy shit, war das wichtig. Und jetzt bitte mach was. Bin jetzt noch raus. Ableib-Tip wäre so geil. Ableib-Tip. Ableib-Tip. Felshof. Boah. Oha. Boah, das macht sogar... Damals. Ich habe gezinkten Würfel. Hast du nicht. Boah, das wäre so ein guter, wichtiger Damage gewesen gerade. Also drei, vier, fünf Hits zumindest. Ach, der kommt durch. So ein wilder Typ, junger. Ein wilder Typ ist das. Das ist eine Katze. Nach Tara gönnen. Das ist eine Katze. Triebplätte. Ja, nehme ich. Ja, gut. Ja, mach jetzt aber so Para. Der wäre, glaube ich, gar nicht so gut. Weil ich könnte sogar Synchro haben, aber du würdest wieder vom Delegator geschützt sein. Biss. Ach. Ja, für den Flinch. Für den Flinch. Oha. Stark. Ja, du denkst jetzt, es war ein Abyss, aber es war ein Fähigkeit. Heldshof, Kingstein. Ah ja. Kann natürlich sein, ja. Würde ich sogar wirklich nicht ausschließen, dass da irgendwo ein Kingstein drauf ist. Alter, da ist er, die Eisenabwehr. Let's go. Okay, ich bin jetzt plus sechs Attack, plus ein Special Attack, plus drei Special Defense, plus zwei physische Defense. Der ist ganz wild gebufft. Holy shit. Ja, wenn der, wenn der jetzt noch Seitentausch macht und sich heilt, wäre geil. Ja. Nass. Schweif. Okay. Tod. Jawohl. Let's go. Okay. Ich habe mein Ultra geboostetes Psyaner. Ja. Warte mal, ich kann nicht mehr, doch kann ich immer noch, oder? Ich kann immer noch Seitentausch machen, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es müsste immer noch gehen. So. Dann würde ich jetzt einen ganzen Turn dafür wasten. Jetzt stirbst du einfach. Zack. Oha. Alter. Trotz Eisenabwehr. Tch. Ich bin ja auch noch auf bloß fünf Attack. Let's go. Wasserdüse. Oha. Ich meinte, der Schaden ist gut. Aber die KP, die ich jetzt noch habe, nicht so. Ja, aber wie rotzfrech Edzudea rübergeguckt hat gerade. Jetzt hat er einfach gekillt. Let's go. Alter, ich gehe zurück in die alte Wohnung, ne? Da lief es besser. True. Ja. Musst du umziehen wieder. Blöd. Okay. Und ihr könnt mal den Abo-Button umziehen lassen. War das deine Abwurz? Ja.